hallo und jetzt kommt man kann abgabe oder konnte ich die windes bin ich bin wieder blinds versus zombies abläuft jetzt oder pflanzen gegen zombies ja deutschen titel gibt es auch lange geräte kurzen sind wir machen zusammen weiter level 3 strich 4 keine ahnung eigentlich ist das kapitel oder eine ahnung okay lange geräte kurz sind los geht hatte ich muss ganz kurz entschuldigung wenn es gehört hat und wieder im garten von willst du einen zusätzlichen ja natürlich kann das kaufen da habe ich mich schon letztes schon gewundert und krieg das nicht ja natürlich kostet 5000 aber du kannst dann in jedem level unter acht statt nur sieben samen wählen ich glaube ich habe keine 5000 habe ich ach so acht er meldet sich ab ok ok cool ja mache ich mache ich doch lasse ja ich finde es auch super jetzt kann ich einen mehr mitnehmen das ist sehr schön also nehmen jetzt einen mehr mit hat sich also man kann ich einfach so im laden kaufen die müssen natürlich ausprobieren natürlich fürs wasser das war interessant dass das das ich nehme aber trotzdem meine double mit kirschbomben ok ich hoffe das war eine gute auswahl wir sehen es jetzt und los ok auf die plätze pflanzen ich mache schon mal hier eine hin ich weiß das war jetzt ganz dumme idee aber es war eine ganz dumme idee aber warum nicht ich bin gespannt ob ich die pflanzen dann einfach ins wasser legen kann oder ich allerdings pflanze brauche ich meine so eine wasserpflanze die wasserpflanze und rosenblatt wie heißt es eigentlich nein der erste kommt schon das ist nicht gut ich habe doch noch gar nichts ja schön dass du gehörte willst ich habe doch noch gar nichts für dich ja ich habe ein samanscher macht immer blatt pro halt den zombie mal auf ja danke sehr schön weil ich bin ehrlich ich habe gerade in echt beschissenen staats die haben wir echt beschissenen staats ich kann nichts machen was soll ich machen da ist okay kommt frisst das erst mal der zombie gehörne und eine ballnuss sieht aus ihnen gehören deswegen gut aber die bon appetit ja was wollen wir machen und da kommt noch eine sonne hier ist baby ich brauche trotzdem irgendwas zum angreifen ich will mal ausprobieren geht das ja das kann man einfach ins wasser das ist ja cool das sieht auch richtig böse aus brauchen eine zeit bis wieder kommt ja ich hätte gerne kanone aber zu knapp erst mal an der nuss ich brauche doch eine kanone von dann ohne welche kämpfe 325 aber es ist dahin das dauert und vielleicht die 203 ja ja red so weit davon gehören alles kein problem oder egal einmal nicht mitgedacht haben schon alles verkackt sehr schön ich hole mal den für den den samanscher und hier brauche ich auch eine kanone ja sehr schön da kommen noch welche kein problem ich habe kein geld und keine kanonen alles cool nach ein samanscher man schaust was ich habe keine geschützt oh mein gott jetzt kann ich gerade ein bisschen aber das nicht witzig da kommen wir gucken ob ich damit beide wische nein leider nicht schade geld ausgeben umsonst nicht gut ich habe nicht um den zombie zu klatschen doch habe ich hinter mancher jetzt habe ich aber nicht zum klatschen kein problem habe ich jetzt schon mal gesagt welche mächtig die scheiße drangegangen bin gerade ja super läuft gerade echt beschissen kriege ich gleich eine pflanze weg ja ich kann ich da das mache ich brauche ich kann ich nicht mehr einsetzen müsste jetzt der kirschbombe einsetzen weil da kommen gleich zwei hintereinander das könnte gehen weil die kirschbombe wieder da ja das läuft gerade echt beschissen ich weiß aber nicht warum wir gucken was die pflanze da unten macht das war eine ganz dumme idee ich brauche das jetzt aber gleich wird danach machen 9 hin so ich habe echt beschissen alles super kein problem er kann aber damit weiten das macht nichts ich brauche noch mehr wasser pflanzen und sonnenblumen ich brauche noch mehr nein noch zu früh naja es kühlt sich sehr knapp an aber bis jetzt läuft es und ich glaube es wird nichts weiter ja hätte ich da nicht hingestellt wäre es ein bisschen besser aber egal ja kann es auch erstmal da futtern wir machen wieder einen wasserschutz hin das ist doch kein problem ähm sonnenblümchen und kohle bitte ein tamanscha man oh das war gut das war sehr gut sehr schön ja kohle ist auch wieder am spiel am start wollte ich sagen ja ich habe die natürlich wieder falsch gesetzt kein problem mir fehlt jetzt nur noch geld und geld ich brauche nicht trippelt ist gut weiß nicht ob das geht aber ich probiere es mal die schlimmste weil frisst das einfach nur hat auch funktioniert finde ich echt gut ohne ein taucher gibt mir gibt mir noch mal die pflanze wieder verdammt nochmal ich brauche die pflanze jetzt wohl hier den brest ihn zu tode ja ich habe ein bisschen scheiße gebaut das sehe ich auch gerade aber ich versuche natürlich noch mal wieder zu machen hier kein problem ich muss sagen ich habe echt beschissen angefangen also irgendwie ist das nicht so wie ich will ich wollte die abschneiden sammeln kein problem ja das ist nicht gebraucht ja ich brauche eine wasserpflanze hol dir die machen danke da ist noch einer ach kommt schon hört damit auf und ein starbhochspringer was soll denn das hier ich brauche weilnüsse ja okay eingeschützt habe ich auf jeden fall manche hol dir den danke oh man warum jetzt als wassertypen ich bräuchte manche ich habe kein manche ich weiß nicht so wie ich soll aber ist kein junger der wird nicht drauf weil er taucht ehrlich kommt frisst das ja das ist gut das kann man auch mittendrin setzen das finde ich stark weil ich das ganz anderes aber ich kriege es nicht oh mein gott 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 ich glaube es sieht gut aus für die hälfte der runde aber ja ja triple pistol machen wir hier super letzte welle kein problem das ist doch kein problem für uns scheiße kirschbombe okay die eine hälfte ist weg aber da haben wir noch einen starbhochspringer ich mache mal data weil ich gerade so ein bisschen panik aber macht nichts ich gucke auch gar nicht hin wir gerade als youtube springt aber ja und aufhalten und immer drauf rotzen und schön die drei hinsetzen weil die machen schön einen breiten schiff ich habe keiner muss hier baue aber es wird schon lustig dieser war gut aus bis jetzt ne das geht auch schlechter aber wie der ist durchgebrochen ach komm schon ich brauche mal die doppelpistole ich meine tria ja da haben wir auf jeden fall noch ein bisschen safe schutz ich meine hier sicherung und ja ich habe zu spät gesehen dass ich noch ein paar kirschen habe meine abwehr ist kaputt ich brauche noch mal geld und ich brauche noch eine kirschi läuft gut ja läuft echt sauber und gleich zu machen hinter dem ja oh scheiße kirstbomben 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 oh man nicht safe letzte welle ach komm müße und wir haben starbhoch springer kein problem alter falter und ich habe jetzt keine kirschbomben mehr nein ok schaffen wir das schaffen die kommentare ja nein vielleicht ich bin gerade ein bisschen voll im fieber aber die dreier sind schon echt stark ich glaube wir haben es gleich oder wir haben autoschlüssel wir haben autoschlüssel wir haben ein autoschlüssel da gucken wir uns mal gleich an hier das ding er zieht auf den autoschlüssel und was haben wir da schönes deppi daves autoschlüssel jetzt kannst du den laden von deppi dave aufsuchen wie jetzt jetzt können wir seinen laden aufsuchen ok da habe ich keine ahnung ich würde mal sagen wenn ich das video gefallen lassen aber da schauen wir kommen darauf wird die glocke ich bin hiermit erst mal raus wir sehen uns im nächsten video in zwei tagen dann gucken wir uns an was wir mit den schlüssel machen können ansonsten bin ich erst mal hier mit rausschalten 1930 wieder ein wenn ich irgendwas bringe was ich noch nicht weiß was ich noch aufnehmen muss und ich bin hier mit draußen klogue der kochen und bis 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 bis